Wir gehen jetzt alle raus, dann können alle wieder rein. Hä? Nein, nein, bleib einfach drin. Don, mit einem sehr alten, mystischen Blablabla. Ich habe schon gestartet. Wie hast du gestartet? Warum? Ist dir das zu 8? Ja, weil die halt drin war. Weil ich gesehen habe, wir waren zu 9. Warum werde ich nie im Poster? Ah, ist das schlecht. Du hast halt auch nie im Poster. Ich will raus. Ich will raus. Ah ja, geh ich mich halt mal hier. Na ja. Ah. Ah. Zombie. Hallo Zombie. Mit Kuchenmütze. Da, die, da ist alles was ich... Oh. Äh, war ich denn überhaupt nicht? Ich war da oben. Ich bin pink. Es ist pink. Es ist pink. Nils, du tust mir leid. Nils, du tust mir red. Pink. Ach, ich bin pink. Nooo. It's red. The man. With hat. It's red. Rot ist tot. Rot ist tot. Rot ist tot. Du bist so schlecht. Rot ist tot. Alles ist außer Lot. Du bist so schlecht im Poster. Du bist so schlecht, hast ja recht. Üble Sprüche geben Gerüche. Jetzt kannst du bitte mal hier. Achso, ich kann wählen. Ja. Ja, blöd. Oh mein Gott. Hä, wieso kann ich noch? Voter pink. Voter pink. Du hast ja selber gesagt pink. Ist das? Ich kann ja nicht pink. Ich kann ja nicht. Achso, ich bin ja... Ach, du kannst nicht selber wohnen. Ich mach einfach irgendwas anders. So. Pfui. 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 Ach. Ich hab dich nicht gewartet. Du hast wahrscheinlich doppelt gewartet. Ja. Ich schau mir mal die Wolken an. Oha. Was kann ich denn hier machen? Kann ich irgendwas machen? Gar nichts. Die haben nichts gemacht. Suhl, kannst du dir das vorstellen? Keine Weihnachtsdekoration. Nichts. Donn ist von uns gegangen. Nils Gamer ist von uns gegangen. Ahja. Red is dead. Achso, ich kann ja nichts machen. Oh. Ich kann ja nichts machen. Was hast du denn heute für Hausaufgaben auf gehabt? Das ist hier das gleiche wie gestern. Also ein Dreieck. Heute hast du wahrscheinlich ein Viereck gezeichnet. So. Was. Ich skippe. Ähm. Ich skippe. Ähm. Ich skippe. Task. Also. It was. Dark. Wenn ich die Kulisse von gestern hören wollte, dann skippe bitte. White. Was habt ihr denn in Mathe heute machen müssen? Viereckig zeichnen. Was habt ihr in Englisch gemacht? Jetzt sagt bloß nur das Antwort E-Mail von gestern. Von diesen Italienern. Okay. Ihr bekommt die Soundkulisse von gestern. Green is very sus. Äh. 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 Weißt du, was die ist? Ah, warte. Warte. Ja, Pause machen.